Musik Einen schönen guten Tag, hier ist wieder euer Ben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gaming with Ben. Heute spiele ich auch wieder ein Indie-Horror-Game und zwar das Ganze, das Ganze nennt sich hier Mental Hospital. Mental Hospital, warte, habe ich noch nicht die richtige Aussprache getroffen. Mental Hospital, ist ja ein Horror-Spiel. So, das Ganze wurde hier geschaffen von Andrew Rosyeth, Andrew Yourself, yeah. Jo, dann fangen wir doch auch schon mal gleich an. Ja, was ist das? Guck mal, ein Licht haben wir auch hier, derliche Sache. Ach, ne, wir haben ja. Ich habe zwar schon erstmal viele Horror-Indie-Games heute durch, sagen wir es mal so. Aber das ist das erste, wo ich eine Waffe finde. Die man auch vielleicht aufheben kann. Jo, hat er dabei. Ich habe eine Waffe, ich habe auch nicht so drauf. Ich drücke auch oder sowas. Das ist neben der Kamera, das Mensch. Ich schwöre, ich versuche, wie ich aus hier. Was? Das, das, das. Und dann, wenn ich das. Renne hier. Komm los. Schön, ne? Ne, ein Stuhl. Wenn wir in die Kamera hier. M, 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 M. M, 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 M. Was ist das hier? Ich glaube, ein bisschen. Hier, ein Kappelschubsen. Können wir auch machen. Das geht auch. und zwar was ist das hier zeige mir deine tür ich habe aber eine schöne tür magazin moni keine ahnung ich bin man ist das ich hab mir umgeräumt oder was ohne bescheid zu sagen aber mein zimmer so umgeräumt ihr schweine das geht ja schon mal gar nicht mal hier ein bisschen lang ich bin aufgezeichnet wenigstens da oben ich wurde gerade attackiert mit einem das ist fortgeschrittene dunkelheit ja das hier ja ja schreit nicht in Hilfe, ich bin schon unterwegs, ich guck nur erst kurz. Wir brauchen keine Umhilfe schreien heute, heute ist Feierabends. Nein, schweig dahin. Anit Akay, Anit Akay, Anit Akay. Anit Akay. Anit Akay. Ist hier ein Schlüssel drin? Kein Schlüssel, kein Schlüssel. Ne, haben wir auch keinen Schlüssel drin? Da ist einer drin, aber ich habe keinen Schlüssel. Also hat er jetzt erstmal Pech gehabt. Wo? Auf geht die Tür leider nicht. Ey. Aber ein ziemlich heißes Teil, verdammt. So heiß da das anfängt zu brennen. Ja, du schweig doch, Mensch. Wir müssen mal gucken hier. You are already dead. Kein Saftschubsen mehr? Oder eine Rollenschubsen? Was haben wir hier in den Raum? Hey, Bart, da war ein Zahnschlüssel drin? Ne, 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 ne. Da ist diese Holzpuppenkind wieder. Äh, kopflose Holzpuppenkind. Da komme ich auf Holz eigentlich. Was? Was denn? Da kommt keiner rein. Die Finger weg da. Sie sind ja ab. Mischer. Die Finger weg sonst sind sie ab. Was? Soll ich immer langsamer oder was ist das? Was ist das denn hier? Ey. Der Treppensimulator. Er stückt zurück. Mein Beback. Okay. Gut. Und so beuglich ist er. Die Finger weg. Dann bin ich immer langsamer. Was ist das denn? Ey. 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 Uncool. Uncool. Sehr merkwürdig. Ziemlich merkwürdig. Auch sehr merkwürdig. Auch sehr merkwürdig. Auch nix im Moment. Hallo. Hey. Also die automatischen Toilettentüren, die sind defekt, glaube ich. Wohl. So funktioniert das Ganze nicht. Ist hier irgendwas? Schlüssel? Ist kaputt. Da kommen wir nicht rein. Vorbei. Schweigt doch da oben. Mensch. Da ruft immer einer um Hilfe. Wird keiner geholfen heute. Das ist Wochenende. Oh guck mal. Der wird ja immer träger jetzt. Oder was ist das? Warum werde ich denn immer träger? Ich bin doch noch gar nicht mit gucken durch. Weg. 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 Ab. Guck. Mein Schalter ist denn, den Schalter ist denn und bedienen? Geht nicht. Nullo problemo. Ich habe immer mein Werkzeug dabei. Eing. Na, ich muss noch drei Schuss. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ne? So. Irgendwie muss man ja da oben auch reinkommen, wo er um Hilfe schreit. Aber ich hab keinen Schlüssel gefunden. Irgendwie wird meine Figur, glaube ich, immer langsamer. Was ist denn hier? Jetzt bin ich aber hier schon unter dem Hospital, unter dem Krankenhaus. Hä? Ich seh nichts mehr. You lose, you not visit all rooms, you have ammo. Plus. Aber ich hab nicht alle Räume durchgeschaut. Deswegen gibt es den Minuspunkt. Aber plus, dass ich noch Munition habe. Siehste, wer spart, der kriegt einen Pluspunkt. Das ist ja komisch. Kann ich nochmal? Oder? Hallo? Ich möchte gerne nochmal spielen. Na, geht ja gar nicht. Ich komm nicht ins Menü rein. Joa. Schrei der eine um Hilfe jetzt erstmal weiter. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis der nächste reinkommt. So, wo ich jetzt erstmal draußen bin. Ja, das war's heute für Mental Hospital. Ich war euer Ben. Ihr habt geguckt Gaming with Ben. Ne Let's Play Show. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu meiner neuen Folge. Und mal gucken, was ich denn spiele. Ja, denn würde ich sagen... Ja, Schizikowski und reingezimmert. Danke, Timmer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann her. Das ist ein Max Line. Gins сер 흑. ertal. Schim. Vielen Dank.